Das natürliche Vulkanmineral Zeolit besitzt erstaunliche Eigenschaften. Es kann schädliche Stoffwechselprodukte und Schwermetalle aus dem Körper filtern und entlastet unseren Organismus. Panaceo ist für mich deshalb zu einem Lebensbegleiter geworden, weil ich schon immer auf der Suche war nach Naturprodukten, die einerseits die Überfrachtung mit Giften ausgleicht und auf der anderen Seite auch die Selbstheilungskräfte des Körpers so unterstützt, dass wir wieder alles aufnehmen können, was wir für unseren Betrieb, für unseren Körper im Betrieb und für unsere Leistungsfähigkeit brauchen. Panaceo steigert ihre Leistung um bis zu 11 Prozent, beschleunigt die Regeneration und versorgt den Körper mit natürlichen Mineralstoffen. Ich bin Jonathan White von New Zealand. Ich bin ein langen Distanz-Runner. Ich bin schon seit mehr als 20 Jahren trainiert und trainiert. Ich liebe Panaceo, weil es mich aus dem langen, schweren Training zu retten kann. Ich trainiere mehr als 40 Stunden pro Woche, also das ist sehr wichtig. Ich liebe es auch, weil es 100 Prozent natürlich ist und als Athletiker möchte ich nur natürliche Dinge in meinem Körper setzen. Und dann hilft es auch, meine Resistenz zu retten. Es tut mir gesund und es tut mir hart und länger trainiert. Geringere Laktatbelastung, schnellere Regeneration. Eine Studie belegt 11 Prozent Leistungssteigerung und das mit 100 Prozent reiner Natur. Panaceo. Von erfolgreichen Sportlern empfohlen.